Stimmt. Wahrscheinlich gerade auf kritische Treffer oder zusätzliche Schaden durch tägliche Kräfte. Ich mach mal kritische Treffer zuweisen. Okay. Super. Gut, ich bin fertig. Eigentlich. Okay, dann geh mal in dein Questbuch. Ich hab grad zwei Naturpakete verbraucht, ohne Witz. L, oder? J. J. Okay, oder J. Ja? So, was ist deine, was ist deine, deine Nitriglevelproduktionen Quest? Ähm, die Seherin. Dann lass das machen, das hab ich auch. Und das ist ja noch Level 9, ich mein, das müssen wir halt irgendwann auch mal machen. Aber müssen die gar nicht aktiviert. Ja? Okay, dann die Seherin, dann gehen wir da hin. Ja, das hab ich grad auch aktiviert. So, warte mal, warte mal, ich muss mein Pferd auch noch. Hui! Okay. Oh, ich hab schon wieder das, ich bin schon wieder zwölf das Level halb voll. Hm, oh, ich auch. High five. Ähm, ich springe jetzt aufs Dach hoch kurz. Wie bitte? Ich wollte aufs Dach hoch springen. Oh, du bist aber einfach durchgeglitscht. Ja. Ich find's eigentlich krass echt schön, wenn du mal so guckst. Ja, generell, ich find doch, an sich die Welt von dem Winter ist so schön detailvoll. Und echt einfach nur schön gemacht, man kann das nicht anders sagen. Mhm. Mhm. Wenn ich durch die Stadt den Berg hoch guck, die Häuser so. Schon geil. Sind zwar kaputt, aber sind schön. Schon geil. Naja, jedenfalls, ähm, macht das Projekt echt ziemlich Spaß. Und wenn ich mehr Zeit hätte, genau, wenn wir mehr Zeit hätten, ich glaub, ich würd das richtig suchten einfach. Das ist auch echt geil. Oh, wohin gehen wir, wohin müssen wir denn jetzt? Protectors Enclave. Äh, ah ja. Da war ein Quest-Zeichen. Ich hab die anderen alle deaktiviert. Ah ja. Das ist gut, weil die an, äh, eine andere Quest, die wir auch haben. Ja. Da die sagt, wir sollen nach Protectors Enclave gehen. Ja. Und vielleicht machen wir jetzt doppeln Moppel. Das wär natürlich awesome. Ja, ich hab jetzt halt die anderen Quest deaktiviert gerade. Jaja, ich auch. Achso, okay. Also, die steht nur bei mir rechts an der Seite. Ah. Deswegen. So. Ähm. Wir laufen jetzt hauptsächlich mal zu der Quest. Ja. Ja. Was es hier gibt's. Ja, ja, ja. Das ist ja Nachtherren. Aufwattelnd. Oh, voll cool. Warum ist ja Nachtherren da oben? Alter, was hat denn ein Skorpion oder ein Krabbel oder sowas? Warte mal. Es kam doch irgendein Update raus. Jetzt muss doch irgendwas hier geupdatet sein. Ach, deswegen. Warte mal. Max, 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 Max. Was? Du hast doch Feuerwerk, oder? Ja. Wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob das geht? Wenn ich das jetzt einfach Doppelklick ausführe. Ja, ja. Los. Nö. Oh. Warte mal. Ich steig mal ab. Vielleicht sagt ich, dass das Pferd ist irgendwie doof. Äh, ich kann nur entsorgen. Guck mal, guck mal bei dem Typ hier, der ist auch wohl für Feuerwerk. War das schon? Ja, deswegen kam ich grad da drauf. Voll cool, gell? Ja, ich war jetzt mal die Quest kurz fertig. Boah, guck dir mal diesen glitzernden Panther an. Ja, voll krass. Der glitzert voll, ist ein Panther. Ja, oder ist ein Grafenbreder. Wahrscheinlich. Ich bin nicht. Haha. Oh, scheiße. Jetzt bin ich abgestimmt. Was lö? Haha. Ach, ich hab dich wieder eingeholt, aber auch noch. Fast. Du, du, du. Oh, ich hab Abkürzung durch den Brunnen genommen. Wenn ich... Oh, fuck. What the fuck, Alter. Ich bin so froh, dass wir, dass wir so Pferde und sowas haben. Ja. Wir müssen ja da rein. Okay. Hm. Wollen wir hier nicht mal kämpfen oder so, gell? Ja, ich wollt's grade sagen. Irgendwas. Okay. Frau, was gibt's denn? Frau. Hallo, Sibylla. Ja, weiter. Oh, das war aber ne tolle Quest. Äh. Ist noch eine jetzt, gell? Nehmen wir die an? Ja. Große Titten. Ja, nehmen wir an. Genau, große Titten. 71 EP, what the fuck. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Oh, warte mal, hier ist ne Karte, guck mal. Chronik anzeigen, was ist denn nid? Ach, ist das unsere... Das ist unsere... Warte mal, ist das... Kann das sein, dass das... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann das sein, dass das unser Questverlauf ist? Ja, ich glaub schon. Da siehst du zum Beispiel die verschiedenen Viertel auch. Also Turmviertel zum Beispiel. Die VP-Kampagne haben wir gemacht. Dann der Pestturm kommt als nächstes. Dann Black Dagger Ruinen und so weiter und so fort geht's nach oben. Boah, da... Da sehen Sachen echt noch ziemlich cool aus, Alter. Boah, das wird... Das wird ziemlich nice. Ich... Ich freue mich zum Beispiel gerade eben voll auf, äh... Tyranny of Dragons, so mal Wüstenregion ein bisschen. Boah, und was ist hier für ein Monster? Alter. Wenn du mal oben guckst, äh... Alter. Ja. Puh. Okay, nice. Und das war jetzt die Quest, oder was? Das ist mit Spaß verbunden. Äh, ja, jetzt haben wir natürlich Neuer genommen. Bordert die Tatbrücke des schlafenden Drachen ein. Hä? Welche... Große Taten meinst du? Die Quest? Ja, genau. Machen wir die jetzt? Ich glaube, das ist jetzt... Aber das ist ein komisches Zeichen davor. Ich glaube, weil das, äh, so eine Main Quest ist. Wollen wir die machen? Ja, dann müssen wir hier hin, oder? Ah ja, dann... Hä? Ach so, wir müssen da jetzt wahrscheinlich draufklicken, gell? Ne. Hä, was? Ah, da unten. Warte mal. Hä? Hä? Was sollten wir machen? Zurück. Moment. Fordert die Tatbrücke des schlafenden Drachen ein. Ah, guck mal, unten rechts. Anfordern. Ah, anfordern. Ah, äh... Quests abschließen. Ah, okay, jetzt verstehen. Richtig verwirren. Jetzt verstehen. Rückkehr der Krone kann ich auch anfordern. Lesen muss man halt können, gell? Ja, hier gibt's auch so viele Sachen, man. Das ist echt krank. Okay, das heißt, Turmviertel haben wir noch gar nicht fertig abgeschlossen. Ah, okay. Ne, sind wir auch noch gar nicht fertig. Was ist das? Dann müssen wir drei Quests abschließen. Und dann bekommen wir was. Mit Sibela muss ich auch noch drüber schwätzen, damit die auch weiß, dass es toll ist. Ah, so. Oh, das aber. Äh, Mädel. Hi, das ist, äh... Machen wir auch durch die Vergangenheit sammeln? Äh, ja, das machen. 20 erneuerte Spitter der Seekugel. Das hört sich doch sehr cool an. Das hört sich doch sehr sexuell an. So. Was hat der ihr Laden zu bieten? Nichts. Superladen. Wollen wir das jetzt hier gleich machen, oder? Also die Quest? Hä? Ja, mal, wenn wir jetzt auf Quest gehen. Ey, das hast du doch auch angenommen gerade, oder? Tja, was hast du da für eine Quest jetzt? Die Vergangenheit sammeln. Machen wir die jetzt? Ey, das war gerade die Frage. Äh, warte mal. Auf der aktuellen Karte konnte kein Fazit dieser Quest gefunden werden. Steht bei mir. Ja, da steht in Klammern Turm. Gehen sie zu Turmpürtel. Ah, dann lass das doch jetzt machen. Ja, also das ist jetzt aber Level 12. Wir haben die Level 10 Quests noch nicht gemacht. Ja. Dann machen wir die zuerst? Ja. Okay, welche... Hast du auch NextEye und die Drachengeborene? Ja, und das passende Patchboard. Ja, ich muss da unten kurz vorbeigehen noch. Ja, dann lass das... Dann gehen wir da unten vorbei, aber was machen wir zuerst? NextEye oder Drachengeborene? Das ist mir egal. Äh, beides? Ich... warte mal. Ne. Okay, dann gehen wir zuerst zu, zu die Drachengeborene. Okay, alles klar. Und dann gehen wir jetzt auf dem Weg dahin bei dem Dings vorbei. Ich weiß ja, ich glaube ich muss mit dem nun kurz noch was reden irgendwie. Ja, ja, mach, 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 mach. Ich meine mit dir noch. Also ich hab... Ich hab mein Pferd aber schon ewig, aber nö. Musst du immer noch mit ihm labern. Mhm. Alles klar. Ich meine, du kommst einfach mit nem Pferd hin und so. Was? Ach so, ich soll noch mal Pferd abholen. Ach so, sorry. Ähm... Ja, äh, ich weiß gar nicht. Was die Drachengeborene machen wir als erstes? Ja. Oh, das sagt bei mir, ich soll in die andere Richtung gehen. Ja, aber ich muss ja, wie gesagt, kurz runter. Ja, ich weiß, aber ähm... Ist so geil, wenn du mit dem Pferd übelst weit runterspringst. Ja. Und es juckt einfach kein... Oh, das macht Schaden, scheiße. Ja, bisschen, aber... Okay, du mal abchecken. Ich bleib derweil hier oben bei diesem Feuerwerk, Mann. Dann guckt man, ob da noch irgendwas zu verkaufen ist. Feuerwerk, Mann? Feuerwerk, Mann! So, ist das jetzt der hier oder ist das die da oben? Oh, da ist ne... Da ist jetzt was Neues. Da war doch früher dieser Zauberer, gell? Jetzt ist da so ne Frau und wir können da was Neues machen, Max. Äh... Wir können hier ne wiederholbare Quest machen, die da heißt, äh... Preisung... Liras. Ja, was muss ich denn da machen? Vielleicht mit dem... Irgend mit irgendeinem Reden? Sprecht... Ein... In-Sie-I-Ausrüsten. Ach so! Ach so! Dann geh mal auf dein Begleit... Geh mal C... Und dann Reittiere. Ja, ich hab... Ja schon, aber... Wie kann ich das ausrüsten? Ja, C, dann Reittiere und dann rechts an der Seite. Ja. Da sind... Ich hab da bei Bewegung was ausgerüstet. Hä? Bei mir steht... Ah, oder geh auf Stall, geh auf Stall. Wenn du auf Reittiere bist, oben Stall. Da bin ich. Und dann da kannst du was ausrüsten. Ja, aber wie? Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier auf diesen Platz klicke, da wo leer steht, da passiert nichts. Ja, vielleicht hast du nichts, dass du da reinstecken kannst. Ja, wo hab ich die denn erhalten? Diese Insigni-Dingensens... Ich hab... Ich hab ein aufklärter Insigni des Wohlstands. Hast du eine? Nein. Weil wenn nicht, kann ich dir vielleicht einfach meine geben... Das ist technische Insigni der Tapferkeit. Okay. Aber ich kann die da nicht reinmachen in den Platz. Ist auch schon mal leise. Soll ich dir mal meine geben, die, die ich in meinem Reich hier drin hab? Dann kannst du gucken, ob du die reintun kannst und kannst... Damit du die Quest hast. Ne, ich will sie schon schaffen, alleine. Also nicht... Ich muss da was reinmachen. Vielleicht hast du das Amulet ja verkauft. Das kann ja sein. Ne, sowas kann man glaub ich nicht verkaufen, oder? Ich denke. Ne, ich hab hier Account gefunden. Doppelklick zum Verwenden. Ach so, zum Veredeln. Doppelklick. Hä? Ja, genau. Und das... Aber wenn ich doppelklick, da passiert nichts. Ja, ich muss das auch da reinziehen bei dem Tier. Extra. Mach so n lernst du laut. Ja, das geht halt wenn wir nicht. Ja, warte nun. Geht halt wenn wir nicht. Keine Ahnung. Ich kann es da nur irgendwo reinziehen. Diese Art und Insigni kann in diesem Platz nicht verwendet werden. Ja, schön. Und jetzt? Ich hab hier einer, die macht irgendwas bei Reittieren. Ja. Genau. Was? Geht's jetzt? Ne, hier steht. Insignien. Wir gewähren euch Podiums. Das ist ja eine gute Welt. Wir ziehen ein Reittier, das sich in eurem Schreibefeld gesetzt werden. Ja, okay. Bei Reittier. Verteidigung. Ja, das stimmt. Das steht bei mir auch bei dem einen. Aber das geht aber nicht. Es ist so ein blaues. Ne, eins, das wir gerade bekommen haben. Also bei mir geht nur diese eine rein. Ja, aber welches ist das? Hab ich mal ein anderes. Ah, das geht deswegen, weil... Weil da steht ja... Insignienplatz Doppelpunkt majestätisch oder... Bei mir steht Insignienplatz Doppelpunkt majestätisch oder Insignienplatz Doppelpunkt aufgeklärt. Bei mir steht er leuchtet oder aufgeklärt? Ja, eine aufgeklärte habe ich. Könnte ich dir geben. Ach, ich auch. Wow. Hat's jetzt geklappt? Ja. Haha. Ich muss da... Oh mein Gott. Ey, wir sind gut. Das ist so verwirrend teilweise. Leck mich am Arsch. Ah, wir haben's jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt hoch zurück. Ja, okay. Die Drachen. Die Drachengebornen, oder? Yep. Genau. Wo muss ich da hin? Hier hoch. Folge mir. Mag's? Ja, ich habe irgendwie einen Pfad, das wird mich hier lang. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wo wir ankommen, okay. Okay, nice. Immerhin habe ich das fertig... War auch verwirrend grad ein bisschen. Aber ja, ähm... Was bringt mir jetzt dieser Platz nochmal? Was bringt der dir? Weißt du das grad auswendig? Ja, der... Der macht deinem Tier halt irgendwie stärker. Ja, aber für was? Ja, weiß ich nicht. Im Kampf kannst du es nicht freunden. Ja, richtig. Na gut. Mit General Barsch sprechen. Machen wir das mal. Ja, ach so, das ist dieser eine Typ da. Ich weiß Bescheid. Da waren wir schon mal. Hi Dude, was geht? Ähm. Ach, abgeschlossen? Ah, das war ja einfach. Okay, ciao. Ja, das war eine coole Quest. Das war ja... Okay, dann machen wir jetzt das... Hey, jetzt habe ich aber eine neue bekommen. Du auch? Nein. Ach ne, Vergangenheit sammeln, sorry. Äh, und jetzt NestEye, oder? Äh, ja. NestEye, warte, ich markier's mir kurz. So. Okay, NestEye. Das heißt, wir müssen nach da. Ja. Okay, nice. Ja, wir machen halt mal die ganzen alten Quests. Ich glaube, das sind keine Hauptquests gerade, oder? Ne, 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 ne. Keine Kanalisation durchführen, gehen sie zu, die Kobold verseuchte Kanalisation. Okay, waren wir da schon mal? Ich weiß nicht, also Kobold haben wir glaube ich noch nicht besiegt, oder? Ne. Klingt mir ziemlich neu. Ja, ich glaube auch. Wenn wir das dann haben, dann machen wir endlich wieder diese für unser Level geeignete Quests. Definitiv. Finde ich auch gut, dass die gerade nicht alle wieder neue geben, sondern dass wir jetzt mal die fertig machen und die in ihrem Maul halten und so. Hm. Wobei, irgendwann müssen wir wahrscheinlich wieder zurückkommen und dann irgendwas fehlt. Wir werden irgendwelche Quests immer nicht haben. Oh. Okay. Keiner. Ja. Ja. Ja, dann ab in die Kanalisation. Also die sieht schon cool aus von der Rüstung her. Wer? Du. Du. Achso, ich hab mich doch gar nicht genau angeguckt, muss ich sagen. Guck mal, guck dich mal an. Ich finde ja diesen Turban bisschen behindert, ehrlich gesagt. Ja, okay, der ist wirklich ganz so geil, aber dadurch, dass das alles so glänzt, hat das irgendwie wieder Style, finde ich. Ja, sieht eigentlich schon ganz cool aus. Hier ist nur ein Lagerfeier, okay. Achtung, Falle. Mein Max. Ja, tut mir leid. Glänzen die bei dir nicht? Äh, ne. Also, ne, glänzen die. Nehmen wir hier die Quest an? Ja, doch. Die nehmen dann. Seht ihr? Kobolde haben mich erwischt. Eine tiefe Stichwunde. Schriftrollen müssen wir besorgt. Du musst'n zwölf Schriftrollen finden. Boah, halt dein Maul. Dankeschön. Oh, ich hasse es, Alter. Gegner! Und ausweichen. Boah, Alter, mach dich noch nicht so schnell so, ich will da auch was. Weil, bist du grad da jetzt so hingehen, jumpst? Mit so einer Attacke oder so? Ja. Ja. Das ist cool, gell. Ich hab' ne Schriftrolle. Echt? Du hast schon alle? Ja. Du musst halt irgendwie sagen, falls du fallen siehst, aber rechtzeitig halt. Ah, gut, ich hab' auch, ich hab' auch eins getrollt jetzt. Ist gut. Ja, klar, das kriegen wir jetzt zusammen. Hä, wo kommt der her? Ah, da war da irgendwie unter Wasser. Ich hab' mir richtig mal so viele Schriftrollen, weißt du, von diesem Dingens. Von welchem Dings? Ja, ja, von, ähm, Heilung, bla bla bla. Ach so. Ach so, hier oben ist ne Falle zum Beispiel. Und ich bin voll rein. Warte mal das. Boah, mach den doch nicht so schnell tot. Sorry. Ich fand dich nicht mal an hinten. Achtung. Hier oben ist auch ne Falle. Ja, ja. Ja, die seh ich. Jetzt hab' ich jetzt gesehen. Warte. Ich hab' wirklich keine Ahnung, was das mir bringt. Hier ist auch noch ne Falle. Ich sag' ich losgekommen. Keine Ahnung, was das mir bringt, wenn ich hier in Schärfe. Hallo, alles Maul. Schreib's mal in die Comments. Okay, aber die Cooper sieht echt eklig aus, ey. Echt? Ich konnte die noch gar nicht sehen, weil die immer so schnell gestorben sind. Ich bin voll in die Falle rein. Ja, scheiße. Ich hab' auch vier Schriftrollen hier. Fünf von zwölf haben wir jetzt. Kann das sein. Ihr macht das gut, Max. Oh, guck mal, hier oben ist das so ein Hebel. Hebel tätig mal. Ja, kann man mal machen. Okay, das ist ja noch irgendwas spannendes, oder? Ja, genau, Leute. Wirklich mal. Schreibt mal echt in die Kommentare, was euch so an dem Projekt vielleicht stört. Was euch so gut findet. Irgendwie ist die Kritik am Start oder sowas. Weil das wär echt nice. Wir haben jetzt zwar schon im Monat das Projekt am Laufen, wenn wir diese Folge hier sehen. Aber wir haben noch nicht auf Kommentare gucken können, weil zu unserem Zeitpunkt erst morgen der erste Part online kommt. Genau. So. Super Erklärung. Ja, ist halt so. Ja, ja, klar, klar. Das klingt mir ein bisschen unterschiedlich. Aber deswegen trotzdem gesagt an euch. Wir sind sehr gespannt, falls ihr mal Bock habt, was wir sehr geil finden würden. Achtung Falle. Keine Ahnung, ich glaub, wenn ihr nur vorbeitragen kann das sein. Ja, ja, das ist gut. Alles vorbei. Dann schreibt euch mal in die Kommentare, was so geht, was euch freut, was euch geil macht und so. Alles, was ihr wollt. Ja. Wenn ihr euch sagt, unbedingt Leute, macht die Quest oder beschäftigt ihr euch mal ein bisschen mit Handwerken. Ja, genau. Okay, dann macht das. Nice, nice, ne Falle. Ne, nice. Siehst du grad das, was ich hier aufmache? Ja, ja. Ich mach das auch. Also mir mach ich das auch. Der ist echt hässlich. Das ist doch niemals ein Kobold. Äh, äh. Ekelhaft. Ich bin verletzt. Achtung. Hier sind auch der Falle. Ja, ich hab's nicht. Wie gesagt, ich bin verletzt. Alter. Die machen voll Schaden. Ja, dann stört halt nicht. Keine Ahnung. Danke. Bitteschön. Ja, ich bin in die Falle schon reingelaufen hier, deswegen. Ja, ja, Achtung. Aber alle diese Striche sind gefallen. Ja, ja, Achtung. Aber alle diese Striche sind gefallen. Ja, ja. Wow. Danke, Linus. Ey, ich geb mein Bestes. Achtung, Falle. Oh, ne, das ist. Ja, das sind alles fallen hier, oder? Ja, alle diese Dinger sind gefallen. Was ist los hier, die ganzen Kurbel, ey? Was gibt mir denn ab? Ich hab keine Ahnung, was das mir bringt, wenn ich die entschärfe. Wirklich, null. Wir müssen nach... Äh, ist hier irgendwo ein Hebel, wenn nicht? Ja, da drüben ist einer. Okay, ich bin rein. Ich lauf auch viel langsam, aber wenn ich, äh, wenn ich beschädigt bin, wollte ich gerade sagen. Ja, macht Sinn. Zack. Nice. Loll! Da kommen kleine Spinnen raus. Ich sag großen. Oh, hab ich gar nicht mehr bemerkt. Äh, hier. Schade. Immer wenn ich Gier mache, bekommst du es immer du. Ist das für deine Klasse? Was? War das gerade für deine Klasse? Äh, ich glaub das war so ein Teil davon. Hä, was war deine Gäste drin? Ich muss noch ein Dolch bei mir. Mal ein Dolch drin. Okay. Vielleicht könnt ihr ihn nicht auch machen. Mann, ich muss echt gucken, wie in den Verletzungspaketen, ey. Warte mal. Warte mal. Ah guck mal, Beruf ist abgeschlossen. Beruf, äh, Ergebnis annehmen. Belohnung erhalten. Genau. Direkt hab ich jetzt die Belohnung erhalten. Also ich muss dann nur wo hingehen. Warte, das mach ich jetzt auch. Äh, hab grad auch die Belohnung angenommen. Jetzt mach ich hier mal was anderes weiter. Okay. Okay, aber ich glaube. Belohnungen, was ist das hier? Blau ist wie toll. Okay, du bekommst da nicht so schnell. Ne. Wenn du Altmi machst, bekommst du keine, äh, Kids. Leider. Ja. Okay. Naja. Nichtsdestotrotz. Teilstrom. Ich mach jetzt nochmal Eisenerz sammeln einfach. Oder, oder. Eigentlich scheiß ich gar nicht. Mach, mach einfach, mach einfach. Ich hab jetzt auch gerade, äh, einfach irgendwas gemacht. Machst du immer so eins, was 15 Minuten dauert, oder eins, was so sechs Stunden dauert? Jetzt hab ich grad eins gemacht, das zwei Minuten gedauert hat. Vorher hab ich eins, was 15 Minuten gedauert hat. Okay, ich mach jetzt auch eins mit 15 Minuten gerade. Na gut, okay, danke. Aber sechs Stunden ist schon ein bisschen krass. Aber ich, ich, ich count wahrscheinlich auch, wenn wir aufstehen sind. Was eigentlich ziemlich gut ist. Denk ich jetzt einfach mal. Also vom Logischen her. Haben wir den Hebel betätigt? Ah ja. Moment mal kurz. Ich muss mich kurz heilen. Machst du Musch hier durch? Ja. Bin so einsam hier. Stopp. Mann, ich will echt nicht mehr so ein Ding hier reintreten, ja. Bist du da? Ah ja. Ja. Habs hier vielleicht mal so ein, ach mal hier so ein Heil-Ding, ist nice. Oh, warte, muss ich auch gleich machen. So. Uiuiui. Sehr gut. Wir haben sieben von zwölf Schriftrollen. Was gut ist, aber noch nicht perfekt. Richtig. Aber ich glaub, hier hat's nicht so viele Fallen jetzt in dieser Höhle. Ja, das sieht doch nicht so danach aus. Aber das sind doch keine Kobolder, oder? Ich weiß nicht, das sieht aus wie so Goblins oder Gnome aus Goblik oder sowas. So, warte mal. Was gibt's jetzt hier drüben? Ach, hier brauchen wir ja wieder einen Hebel, wenn ich das richtig sehe, ja. Ah ja, hier ist noch so ne Schriftrolle. Oh, vergut mir mit. Ich hab jetzt noch gar keine aufgesammelt, das hast alles du gemacht. Ja, gar nicht nö. Ah nö, ich bin nicht gut. So. Oh. Oh.